Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr wart beim Kartenspielen wieder erfolgreich, habt einen neuen Hinweis für eine verbesserte Karte gefunden. Herzlichen Glückwunsch! Ja, jetzt müssen wir das Ding nur noch finden und das ist bei manchen Hinweisen gar nicht so einfach. Wir schauen uns diese Karte einmal an. Hinweis zum Großoratorium. Immer mal einen Doppelklick drauf machen. Im Gegensatz zu anderen Schatzkarten ist hier keine Zeichnung, aber ein Gedicht und in diesen Gedichten sind Hinweise versteckt, wo wir das Ganze finden. Einfach ist erstmal, wir wissen, es ist Stross im Kai und es ist an der Küste. Gut, Stross im Kai ist jetzt nicht so groß, aber einmal um die komplette Küste zu rennen, ist dann doch etwas weit, aber wir schauen einfach mal weiter. Dann könnt ihr euch brüsten mit Seemannsgarn viel. Im Schatten der Säule mit dem Horizont im Blick, also eine Säule müssen wir dazu suchen. Hier liegt eure Karte, enormes Redegeschick. Okay, wie gesagt, Stross im Kai ist jetzt nicht so groß, aber wenn wir hier einmal komplett drum laufen, dann dauert das doch ein bisschen. Aber ich habe ja die Fundstelle schon gefunden, beziehungsweise wenn ihr Map-Pens habt, ist es sowieso ein bisschen einfacher. Dann wisst ihr nämlich, dass ihr, und hier ist nämlich der Hinweis, die Säule der singenden Sonne. Eine Säule ist ja das, was wir suchen. So, der ärgert mich hier gerade so ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht den ganzen Strand ja absuchen nach einer Säule, sondern hier haben wir schon den Hinweis, die Säule der singenden Sonne. Und da bewegen wir uns dann auch hin, beziehungsweise hier bin ich ja schon. Und wenn wir dann hinter diese Säule gehen, dann finden wir hier unser Kästchen. Rufschatzkästchen, ihr seht das immer nur dann, wenn ihr den Hinweis auch habt. Ansonsten ist diese Kiste nicht sichtbar. Und wir machen die jetzt auch einmal auf. Und damit wurde die Kampfmeditation zum Großoratorium verbessert. Und wir haben auch wieder eine Errungenschaft freigeschaltet, je nachdem, wie viel ich von diesen Verbesserungen schon gefunden habe. Wir schauen uns das auch einmal an. Wenn ich also Großoratorium, Held, Shira, Herold, Hiras, Ende und Sieg des Ansei gefunden habe, dann bekomme ich wieder eine Errungenschaft. Das gehört zu dem Kartenspiel Ansei-Frandai-Hunding. Das heißt also, in jedem Deck gibt es Kartenverbesserungen. Und hier habe ich dann eben die vier gefunden und damit auch eine Errungenschaft bekommen. Ja, das war's zu dieser Kartenverbesserung. So, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.